Zeigen Sie mir keinen Grund, Sie zu erschießen! Gehen Sie zu weh! Zu weit! Er ist bestimmt nicht allein! Achtung! Nicht zu weh! Thanks, they would've killed me for certain. But stick close to me in any time. Shoot them! Was ist das? Let's get going, Lieutenant. The documents and explosives I had were confiscated. We've got to recover them or this mission is lost. They're probably in the Commandant's office. Let's try it! Let's try it, Lieutenant. Let's try it. Let's try it. Let's try it. Let's try it. Shooting the spotlights will get their attention. It's best to just avoid them. Stick close, Lieutenant, and I'll show you how to avoid detection. Join Winner's Look alive! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Ich bin der Kaffee. Ich habe meine Leben, Herr. 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 Ich habe meine Leben, Herr.